Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More und damit auch erst einmal die letzte Folge bis ins neue Jahr hinein. Wir machen dann erstmal eine kleine Winterpause. Und ja, René und Benji sind am Start und auch der Weihnachtsmann ist hier am Start. Denn Benji hat sich gefühlt seit drei Wochen nicht mehr rasiert und hat den Bart eines Weihnachtsmannes. Seht ihr jetzt nicht, aber das konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen, das zu sagen. Ho, 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 ho. Ja, du musst deinen Bart halt nur noch weiß anmalen, dann wär's perfekt, ohne Scheiß. Sorry, das musste jetzt einfach rausgehen. Ja, so ein paar, guck mal, du siehst es ja, vielleicht so ein paar Härchen werden ja hier schon weiß. Ja? Ja, du bist ja ein paar Jahr älter. Ja. Ich bin 41 geworden letzte Woche. Ich hatte am 13. Dezember Geburtstag, also letzte Woche vor fein Beileid. Ho, ho, alles Gute nachträglich. Danke. Ja, wie geht's euch? Alles fit bei euch? Wir scheinen alle ziemlich gute Laune zu haben, so wie ich das jetzt gerade so ein bisschen feststelle, ne? Oh ja. Geht mir alles auf den Sack. Die Woche dreimal für zwölf Stunden von TradingView gebannt ist. Meine Erkältung geht nicht weg. Ich hab die Schnauze voll. Wie kann man dreimal von TradingView gebannt werden? Wie kann man überhaupt von TradingView gebannt werden? Hä? Das dauert zu lange, das zu erklären jetzt. Was machst du bloß falsch, mein Junge? Der scammt die ganze Zeit TradingView wahrscheinlich. Keine Ahnung. Voll am Scam. Der scammt hat doch da irgendwie Skripte und Skripten. Je nachdem, wie du die beschriftest und so, sind die falsch beschrieben und alles und nicht schön detailliert erklärt und so. Und für Elefants musst du erstmal gebannt. Und dann wirst du direkt gebannt? Ja. Dann kassierst du erst einen 5-Minuten-Bann, dann kassierst du irgendwann einen 15-Minuten-Bann, dann einen Stunden-Bann, dann einen 3-Stunden-Bann. Mittlerweile bin ich schon bei 12-Stunden-Banns angekommen, aber höher geht's wohl nicht. Das ist ja ganz schön heftig. Ja, du bist halt nicht gebannt vom, du kannst da drin arbeiten, sondern du bist einfach gebannt, dass du nichts veröffentlichen kannst neu. Also kassierst du den Bann, kannst du das Skript nicht neu eben schnell umschreiben, neu deklarieren und wieder hochladen, dann musst du 12 Stunden warten. Ja, okay. Ja gut, die wollen vielleicht, dass du dir ein bisschen mehr Gedanken machst über deine Skripte, bevor du die einfach so aus dem Bauch rauskriegst. Nee, ich hab einfach keinen Bock daraus, die zu beschreiben. Also klopp ich das alles immer in den Chat-GPT rein, beschreib mir, was das Ding macht und Feierabend. Ja. Siehste? Low effort. Ja, und da hab ich keinen Bock drauf. Sei mal ein bisschen gelassener, es ist Richtung Ende des Jahres, komm mal ein bisschen runter. Nee, ich war am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt, ich bin gestresst. Oh ja, ey. Also, weißt du, ich mag Weihnachtsmärkte, also mal vorweg, das wird heute eine ganz lockere Folge, wir quatschen ein bisschen, es ist Jahresende, ab im neuen Jahr geht's dann wieder mit ernsten Themen weiter und sowas. Ja, wir haben noch nicht mal ein richtiges Thema, aber ich find es ja schon mal ganz locker, dass wir uns hier so ein bisschen unterhalten. Das tut auch mal gut. So soll das doch sein, oder? So ist das doch gedacht. Aber um aufs Thema Weihnachtsmärkte mal kurz zurückzukommen, ich liebe Weihnachtsmärkte. Nein. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Ich liebe den Weihnachtsmarkt so lange, bis ich dort ankomme, die Menschenmassen sehe und dann laufe ich da einfach nur noch rum und sage, ich hasse Menschen. Das ist mir einfach zu viel. Auch gestern wieder, Werker ist da, glaube ich, eineinhalb Stunden auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hasse Menschen. Nee, ihr müsst da einfach mit einer anderen Einstellung reingehen. Wenn ihr schon mit dieser Einstellung reingeht, in so einen Weihnachtsmarkt, ihr müsst da einfach hingehen und sagen, ich geh da hin, ich treffe Leute. Klar, alleine auf dem Weihnachtsmarkt. Ich würde auch nicht alleine auf dem Weihnachtsmarkt gehen. Ich war auch nicht alleine auf dem Weihnachtsmarkt. Aber, weißt du, das ist halt einfach so, du freust dich so, trinkst mal in Ruhe einen Kinderpunsch oder einen Glühwein. Nee, das machst du zu Hause. Wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, dann triffst du dich mit Leuten und quatschst mit denen. Ja, aber dabei trinkst du halt. Macht ja Spaß. Ja, natürlich, man trinkt da was. Aber da sind so viele Menschen außenrum, dann musst du dich erst mal durchdrängeln durch die ganzen Menschenmassen. Dann stupst sich einer von der einen Seite an, dann stupst sich der andere von der anderen Seite an. Erdtest dich ein bisschen gegen Corona ab. Machst einmal so Kollektivimmunität, quasi wie eine Impfung. Kurz vor Weihnachten ist es bestimmt immer gut, nochmal Corona jetzt zu kriegen oder sonst irgendwas. Es haben ganz viele Leute Corona, habe ich gehört. Wie sieht das bei euch aus? Also bei mir im Umfeld hatten es jetzt auch einige wieder gehabt. Ja, bei mir auch. Also ganz viele erzählen, oh, ich liege mit Corona, ich liege mit Corona. Ich glaube ja, ich bin immun gegen Corona. Das hat voraussichtlich was mit der Blutgruppe zu tun. Je nachdem, was für eine Blutgruppe du hast. Zumindest, also nach der Impfung ging es mir jedes Mal richtig dreckig. Ich bin ja tatsächlich geimpft und geboostert. Ach nee, das wollte ich in deinem 10.000-Abo-Special ja eigentlich erst sagen. Jetzt ist es raus. Scheiße. Naja, egal. Aber da wir gerade darüber reden. Geht auf jeden Fall momentan wieder komplett rum, keine Ahnung. Ja, und ich finde es auch wirklich komisch, dass ich es noch nie hatte. Sei froh. Es fällt bei jedem anders aus. Das erste Mal habe ich gar nichts gehabt. Das zweite Mal lag ich mit 40 Fieber im Bett. Und ich habe mich gefühlt wie der größte Dulli einfach im Bett, weil ich einfach nichts machen konnte. Ja, krass, so ging es mir nach den Impfungen. Nach der ersten Impfung nichts gemerkt. Die zweite Impfung war ich komplett im Arsch. Und bei der dritten Impfung auch ziemlich kaputt. Also ich konnte nichts machen. Ich konnte nur im Bett liegen. Ich konnte nicht mal mehr Fernsehen gucken im Bett. Also das sagt schon einiges. Wenn ich noch nicht mal im Bett mehr irgendwie Netflix am Handy gucken kann oder so, dann, das bedeutet, ich bin schon echt ziemlich im Arsch. Und so ging es mir nach der zweiten und dritten Impfung. Aber Corona nie gehabt. Und dabei war ich echt, also ich bin tatsächlich in den Hotspots gewesen. Ich war ja einer derjenigen, der dann hier Ski gefahren ist im Corona-Winter. Und wir waren da mit 20 Leuten. Und irgendwie von den 20 hatten danach 15 Leute Corona. Und ich nicht. Krass. Ja, manchmal verstehe ich das auch nicht so richtig. Das war echt krass. Ich muss mal, weil wir jetzt so gerade beim Thema Weihnachtsmarkt und sowas waren und wir jetzt gerade so ein bisschen Quatschrunde haben, würde ich euch gerne mal eine Frage stellen, die mir, wo ich in Berlin war, war ich ja mit einem Kumpel in Berlin. Und ich möchte mal von euch erklärt haben, was der Sinn der Marke Chibu ist. Könnt ihr mir in einem Satz erklären, was du in einem Chibu alles findest? Also, was ist für euch Chibu? Ich hab zu ihm gesagt, ey, warst du schon mal in einem Chibu? Er so, nee. Und dann bin ich mit ihm reingegangen, der wusste selber nicht, wie er das erklären soll. So, hier drüben hast du einen Radiowecker, hier hast du Klamotten, da kannst du Kaffee kaufen, du hast so ein All-in-One-Ding einfach. Beschreib mal. Das ist halt einfach deutsches Amazon. Nee, nix deutsches Amazon, das ist ein Laden für ältere Herrschaften, die sich in Ewigkeiten Kaffee bei Chibu kaufen, denen du immer irgendwas nebenbei andrehen kannst. Wie Teleshopping, nur im Live-Laden. Ja, gut ausgedrückt. Also, noch besser ausgedrückt, das stimmt. Aber es ist einfach, von dem, was du daher kaufen kannst, meine ich, das ist ja nicht beschränkt auf irgendwas. Nee, da gibt's alles. Alles, ja genau, deswegen sag ich ja. Also, deutsches Amazon ist zu positiv ausgedrückt, das stimmt. Aber, ja, René hat's besser übersetzt, ja. Nee, du kannst es so übersetzen, wenn du irgendwas Unnötiges brauchst, Chibu. Brauchen sie noch ein sinnloses Weihnachts- oder Wichtelgeschenk für ihre Arbeitskollegen? Chibu. Ja, perfekt für Schrottwichteln. Ja, keine Ahnung. Ich bin auch, wie gesagt, mein Kumpel, mit dem ich da drin war, der wusste auch nicht, wie er es beschreiben soll. Aber war so ein kleines Ding. Wollte ich mal. Aber witzig, ich hab Chibu schon seit Ewigkeiten, ist mir das gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob wir so einen Laden bei uns hier haben. Also, bei uns gibt's einen. Aber, ja, wie gesagt, du kriegst halt alles. Ich kann diesen Laden nicht zuordnen. Also, ich weiß, in Wolfsburg hatten wir einen. Ich hab, also, mir ist es nicht bewusst. Wir waren jetzt letztens wieder in dieser einen Mall hier in Bremen. Die ist jetzt nicht, ah, die ist jetzt nicht groß, aber sie ist auch nicht super klein. Aber ich glaub, da gibt's gar keinen Chibu-Laden. Oder der ist so klein, dass ich ihn einfach übersehen habe. Ja, das ist mehr so für die Innenstadt geeignet, wo ganz viele Leute dann Weihnachtsgeschenk und sowas kaufen. Ja. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den Fragen. Also, nicht, was ist Chibu, sondern ich hab mir wirklich so ein paar Fragen so aufgeschrieben. Ich wollte grad sagen, hoffentlich steigen die Qualität der Fragen noch so ein bisschen. Sorry. Ja, das war nur so ein kleines Zwischending. Ja, wie gesagt, ich hab mir ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ich euch natürlich nicht mitgeteilt hab. Aber ich würd gerne mal so, ähm, ja, erstmal so wissen, was ist euch 2023 so ein bisschen in Erinnerung geblieben? Keine Ahnung, wer von euch anfängt, aber komm, wir fangen mal bei Benji an. Ja, lass mal, René, ich hab ja jetzt schon wieder ganz viel gefragt. Okay, dann René. René, was ist bei dir 2023 hängen geblieben? Außer Tradingview. Ich? Heißt dir noch einer, René? Ja, richtig. Das war die Antwort auf die Frage, was bei mir hängen geblieben ist. Ich, ich bin hängen geblieben, aber egal, der kam nicht an. Ähm, nee, so im Großen und Ganzen, weiß nicht, so. Ich fang an, mich wohlzufühlen dabei, so zu Hause zu sein, nicht arbeiten zu gehen. Ich fang Step by Step an, in meinen Flow zu kommen. Ist schön, man hat Zeit für Sport, man hat Zeit für Familie. Man fängt an, dieses Gefühl so ein bisschen von Freiheit zu genießen und zu lernen, nicht für Geld zu arbeiten. Das ist, finde ich, so ein wesentlicher Punkt für mich, den ich mitgenommen hab. Und ansonsten, was ich mitgenommen hab, ist psychische Gesundheit. Das ist so, das ist ziemlich das höchste Gut, was ihr habt. Was ist sonst noch so ein bisschen bei mir hängen geblieben? Kannst du mal, also mich würde das wirklich interessieren. Kannst du das näher erläutern? Ähm, hast du, oder du musst da natürlich nicht drauf antworten. Ich weiß jetzt nicht, wie nah ich dir da treten darf. Uff, aber wie meinst du das mit der psychischen Gesundheit? Hast du Probleme gehabt im Jahr 2023 mit deiner Gesundheit, oder? Seit 2015 ungefähr. Oh, okay. 15 kommt das hin, 15. Wahrscheinlich sogar noch eher 14. Ja. Warte mal eben überlegen. Wann bin ich in der 9. Klasse gewesen? Ich weiß es nicht. 2014, 15. Das ist aber ein Ding, das nehme ich auch jedes Jahr mit. Da werden wir vor allem in der nächsten Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und das werden wir sehen. Okay. Ja, muss sein. Nee, ich bin mir bei diesem Thema unsicher, was ich alles erzählen soll, halt auch wegen Clickbait und so. An sich gehe ich dann halt ziemlich auf den Ohren. Du, äh, hau raus, wo du dich wohlfühlst. Und wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, dann lass es sein. Das ist ja hier kein Zwang, über seine privaten Geschichten zu erzählen. Ich hab dir vielleicht gemerkt, ich plauder ja mal ganz gerne aus. Darum geht es nicht direkt. Wie bitte? Es geht mehr oder weniger darum, wie es die Leute auffassen da draußen. Darüber mache ich mir ein bisschen mehr Gedanken. Nee, und das ist der Fehler. Weil ich keine Lust habe auf Clickbait-Gedanken und Pipapo und Tralala so. Das ist genau der Fehler. Du musst, äh, oder, okay, du musst erst mal gar nichts, aber du solltest dir weniger Gedanken um andere machen. Fokussier dich einfach nur auf dich und hör auf zu überlegen, wie andere irgendwas sehen könnten oder so. Also hör auf zu versuchen, anderen zu gefallen. Äh, sei du selbst. Es geht dabei auch nicht darum, ob ich anderen gefalle. Das interessiert mich nicht, was andere von mir denken. Also es interessiert mich null. Null Komma null, was andere Menschen von mir denken. Na dann hab ich das nicht verstanden, was du gemeint hast. Weil du meintest ja vorhin gerade, ähm, dass du dir Gedanken machst, wie andere das auffassen. Wenn, wegen, wegen, wegen Clickbait. Ich verstehe das jetzt auch nicht ganz, aber. Ich würde das Thema so ein bisschen auf die nächste Folge so verschieben. Dass man da vielleicht, ich glaub, dann verstehe ich René auch ein bisschen besser. Okay, also wie gesagt, ich finde es ja gerade nur interessant, wir können auch das Thema wechseln. Ja, genau. Weil, wer jetzt gerade, es hat sich jetzt gerade so ergeben, wir sind jetzt gerade so im Flow drin, deswegen dachte ich, können wir da mal reinhaken. Aber wir können das auch gerne. Ja, ich würde es, äh, auf die nächste Folge verschieben einfach. Okay, dann war das jetzt der Teaser für die nächste Folge. Ja. An unsere Zuschauer. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf jeden Fall. Okay. Im neuen Jahr dann, auf jeden Fall. Also, ja, solche Gespräche sind halt immer, finde ich persönlich, am besten zu führen, wenn die so ein bisschen, äh, versteht mich jetzt nicht falsch, aber wenn das so ein bisschen so natürlich kommt, wenn das so, wenn das so, wenn das so erzwungen ist, so, jetzt red mal da drüber, dann ist es, ähm, glaube ich, ich glaube, da fühlt sich keiner wohl dabei. Und, ähm, ja, ich denke dabei, das Wichtigste ist, äh, dass der Betroffene, in dem Fall jetzt hier René, äh, sich dabei wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass er zu irgendwas gedrängt wird, weil das ist natürlich ein ernstes Thema. Und, äh, da kann ich absolut verstehen, wenn man da auch ganz klare Grenzen für sich ziehen will, also, von daher, aber okay, dann, ähm, ähm, du hattest noch andere Sachen genannt, René, die jetzt, ähm, vom letzten Jahr bei dir hängen geblieben sind. Ich hab das, den, ich hab die anderen beiden Punkte, ich hatte noch eine andere Frage, aber die ist mir jetzt entfallen. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, was du gerade gesagt hast, dann fällt mir meine Frage wieder ein. Ich hab mich schon entfallen. Gut, Zeitgedächtnis. Nee, mach du einfach weiter, Benji. Nee, ich würde die Frage halt an Benji direkt mal weitergeben. Was bei mir hängen geblieben ist. Ja. Das klingt so negativ, was ist bei dir hängen geblieben? Nee, so positive Erlebnisse. Was für positive Erfahrungen hast du aus dem Jahr 2023 mitgenommen? Was mich am, ja, aus dem Jahr 2023 geprägt hat, oder? Also bei mir waren das einmal mehrere Sachen, also bei mir waren das mehrere Sachen. Natürlich an allererster Stelle meine Tochter, ja, ich meine, ich hab die jetzt, die ist jetzt im Dezember genau ein Jahr geworden, das heißt, die ist jetzt gerade ein Jahr alt, so ziemlich genau. Das heißt, das komplette Jahr 2023, ähm, war im, zum größten Teil einfach, stand im Zeichen meiner Tochter, die, äh, für mich einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben geworden ist. Sie, ähm, zaubert den größten Sonnenschein auf, auf meine Lippen, in meine Augen. Ich weiß nicht, die Leute, die uns vielleicht zugucken, die sehen es. Ähm, ich, ähm, sie, es ist auf der einen Seite eine enorme Anstrengung, weil man so wenig schlaft bekommt und weil man einfach ständig für einen anderen Menschen da sein muss. Auf der anderen Seite, sie ist jetzt gerade einen Tag weg und ich vermisse sie, als wäre sie, als hätte ich sie einen Monat nicht gesehen. Ähm, obwohl ich auf der anderen Seite natürlich froh bin, dass ich jetzt mal wieder ausschlafen kann und ist auch vielleicht der Grund, warum ich heute so super gut gelaunt bin, weil ich einfach zum ersten Mal seit Wochen wieder ausgeschlafen bin und das ist natürlich, ähm, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ich habe den allergrößten und tiefsten Respekt vor allen Alleinerziehenden da draußen, das geht hier mal raus an alle Leute, die gerade zu Hause sitzen, alleine und sich alleine um ein oder zwei oder drei Kinder kümmern müssen. Ich verneige mich vor euch, vor eurer Leistung, was ihr leisten müsst jeden Tag, ähm, das ist der Wahnsinn. Ich weiß das jetzt, seitdem ich selbst ein Kind habe. Ähm, meinen allergrößten Respekt vor allen, die allein, egal ob es alleinerziehende Frauen oder alleinerziehende Männer spielt dabei gar keine Rolle. Es ist eine richtig heftige Aufgabe und Verantwortung und es ist definitiv anstrengender als das anstrengendste, was ich jemals auf der Arbeit leisten musste. Egal welche Art von Arbeit, ich habe auch schon alles gemacht, ich war Student, ich habe nebenbei gejobbt, ich habe auch schon in einer Fabrik am Band gestanden, äh, in verschiedenen Fabriken. Ich habe alle möglichen Arbeiten schon gemacht, ich bin mir auch für nichts zu fein, noch nie gewesen. Aber das ist für mich bislang das allerhärteste gewesen, was ich je gemacht habe. Äh, ich bin so oft krank geworden wie noch nie, weil ich einfach nicht mehr konnte, wegen Schlafentzug, wegen Schlafmangel, ähm, teilweise nur noch im Zombie-Monus, nur noch am Funktionieren, nur versuchen, das Kind halt zu ernähren, sauber zu machen, dafür zu sorgen, dass es eine schöne Kindheit hat, dass es gut aufwächst und so weiter und so fort. Das ist eine Aufgabe, man kann sich nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat, was das für eine Aufgabe ist. Natürlich sind Kinder auch verschieden. Ja, der eine denkt jetzt, hä, was, ich habe auch ein Kind, das ist alles super einfach. Deinen herzlichen Glückwunsch, dann hast du vielleicht ein Kind, was nachts schläft und dich nicht weckt oder was auch immer. Für mich das Allerschlimmste ist dieser permanente Schlafentzug und andauernd geweckt werden, weil das Kind nachts aufwacht, weil es schlecht gefurzt hat, weil es keine Ahnung, weil es gerade Zähne kriegt oder was auch immer. Es ist wirklich heftig. Und, ähm, okay, das war jetzt der eine Teil. Und der andere Teil war, den ich auch definitiv mitnehme, war dieser eine Monat, den ich auf Kampagne sein durfte, im Projekt HERA, ähm, bei OHB, wo ich bei der ESA gearbeitet habe, einen Monat lang. Äh, das war auch der Wahnsinn, was ich da erleben durfte, was ich da sehen durfte, äh, wie ein Satellit da getestet wird. Ähm, als Beispiel will ich jetzt mal nur ein Beispiel nennen, ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit damit volllabern, keine Angst, es kommt jetzt kein Fachchinesisch. Äh, es gibt diese Large European Acoustic Facility, da kommt ein Satellit in eine akustische Kammer. Und ich hab mich erst gefragt, hä, was ist das, eine akustische Kammer? Wozu? Was soll das heißen? Wird da dem Satelliten Musik vorgespielt oder was? Und, äh, ja, Musik in dem Sinne nicht, aber der Musik, der Satellit wird da tatsächlich beschallt und zwar so laut, dass das, ähm, Mikrovibrationen auslöst. Und damit wird halt getestet, ob der Satellit die Lautstärke einer Rakete aushält und ob er danach noch funktioniert, weil eine Rakete einfach so laut ist, dass die imstande ist, die Elektrik in einem Satelliten zu zerstören, wenn das nicht vorher mal getestet wurde, vernünftig. Und in dieser Kammer wird es tatsächlich so laut, dass wenn du in dieser Kammer stehen würdest, während dieser Test stattfindest, würdest du davon sterben, nur durch Lautstärke. So laut ist das. Ähm, ja, also das... Aber willst du jetzt mir wirklich weismachen, dass wir Raketen ins All schicken können? Ich dachte, die Erde ist flach. René sein Gesicht dabei. Also, das wäre das nächste Thema, worüber wir von mir aus gerne reden können. Ähm, ja, es ist, ja, es ist einfach nur traurig, was, was teilweise, äh, für eine Rückentwicklung stattgefunden hat, durch diese Desinformation von gewissen, äh, Kanälen im Internet, ähm. Ich muss es auch nicht, ich muss gerade, René beobachten, ich glaube, der rastet hier gleich aus. Oh, jetzt habe ich meinen Kopf schon rausgesteckt. Hoppala. Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Das muss das sein. Nee, also das war, das waren bei mir die zwei Hauptpunkte, die ich definitiv, äh, mitgenommen habe aus dem letzten Jahr und die, ähm, auf jeden Fall bei mir hängen geblieben sind und die mich noch länger, ähm, ähm, begleiten werden in meinem Leben, diese Erfahrungen. Natürlich, die Tochter natürlich immer und das Berufliche war auch sehr, sehr interessant. Nice. Ja, und jetzt, Manu. Jetzt darf ich sagen. Jetzt darfst du mal, hau raus. Ja, also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich so mit dem ganzen Jahr eigentlich relativ zufrieden gewesen, so, klar, Ups und Downs, wir haben ja schon, äh, privat ein bisschen drüber gesprochen, letzte Woche. Ja. Aber, ich sage jetzt mal so, der größte Step war einfach, äh, einerseits in die Selbstständigkeit reinzugehen, das war für mich eigentlich so das Hauptziel das ganze Jahr über, was ich jetzt dann auch, ähm, geschafft habe jetzt erstmal, ist natürlich nochmal eine komplette Umstellung, aber das ist eigentlich so das Größte, was dieses Jahr so bei mir passiert. Natürlich das ganze Jahr drüber drauf vorbereitet gewesen. Erstmal, wie funktioniert Selbstständigkeit, was musst du da alles beachten? Äh, nebenbei noch, äh, ein, zwei Firmen, äh, langsam am aufbauen und sowas. Also, es war schon ein stressiges Jahr, aber, ähm, ja, ich bin echt zufrieden, so wie das ganze Jahr über gelaufen ist, aber natürlich auch, dass wir, äh, den Podcast auf jeden Fall gestartet haben. Das war ja von mir letztes Jahr eigentlich schon ein Riesentraum gewesen, Podcast zu machen, aber ist dann irgendwie, ich glaube, das hat sich dann ewig auch mit René und so ein bisschen, äh, verschoben oder wir hatten es immer geplant und dann doch nicht. Stimmt, das ist, da hast du recht, das ist natürlich auch eine Sache bei mir, die, äh. Ja, wir lachen das jetzt, wir müssen mal überlegen, das ist die 29. Woche, wir machen jetzt seit 29 Wochen bereits Podcast. Cool, danke. Also echt, auch richtig geil, ja, und auch schön, dass ich, dass ich es immer mal wieder geschafft habe hier, trotz der ganzen zusätzlichen Sachen, die ich dieses Jahr hatte, also ja. Ja, ich glaube, bei 50% der Folgen warst du auf jeden Fall anwesend. Also, auf jeden Fall. Ist ne knappe vier. Ist ne knappe vier. Ne, aber das war zum Beispiel sowas, wo mir auf jeden Fall sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, dass wir dieses Jahr damit endlich angefangen haben und sowas, weil das echt, wie gesagt, ich hab das letztes Jahr schon, äh, auf meiner To-Do-Liste oder auf meinen, ja, nicht Wunschzettel, aber auf meiner Ziele-Liste, ich schreib mir um eine Ziele-Liste, ist übrigens die nächste Frage dann an euch, ähm, und da bin ich froh, dass es geklappt hat, dass es so gut angekommen ist, der Podcast bisher, also auch vielen, vielen Dank an alle da draußen, äh, die das, die sich jede Woche die Folgen natürlich auch anhören, ohne euch, äh, ja, bräuchten wir einen Podcast nicht machen, wenn wir das hier einfach nur zu drinnen aus Spaß und sowas machen, aber, ähm, ja, das ist eigentlich so. Ach, ich unterhalte mich gerne mit euch. Ja, ich auch. Also, mal ganz kurz für die Zuschauer zum Verständnis, wir haben auch schon ohne Aufnahmen uns noch stundenlang nach dem Podcast unterhalten, also. Oh ja. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn, äh, wenn man dabei noch irgendwie vielleicht dem einen oder anderen Denkanstoß mitgeben kann, das ist natürlich klar. Richtig. Und vor allem fand ich es krass, das ist vor allem jetzt vor kurzem, äh, dann so ein bisschen in Erinnerung geblieben, wo, ähm, diese ganzen Spotify-Jahresrückblicke waren und es war schon irgendwie ein geiles Gefühl, dass bei manchen so, dass wir so in den Top 5 waren, die unseren Podcast und sowas hören, richtig, richtig geiles Gefühl einfach. Wir waren in den Top 5? Ja, also von den, ich meine, jeder kriegt ja seinen persönlichen Spotify-Rückblick und da gibt es so eine, ähm, ja, Tabelle mit Podcasts und da waren wir bei manchen unter den Top 5, also das heißt, äh, die haben uns dann am, mit unter den Top 5 am meisten gehört, so. Also, jetzt nicht gesamte Spotify, das wäre ein bisschen krass, aber, ähm, so von denen halt, ne, das finde ich irgendwie auch cool, dass man da in solchen Listen halt auch auftaucht, dass, äh, viele uns das, äh, oder viele sich das auch anhören, finde ich sehr, sehr nice. Und, ja, das sind eigentlich so die positivsten Dinge, die mir eigentlich so ein bisschen so im Kopf geblieben sind. Und wie gesagt, das war auch, ähm, auf meiner Zielliste und da würde ich jetzt vielleicht auch gleich mal, äh, so ein bisschen anknüpfen, weil Ziele hatten wir ja auch, äh, dieses Jahr mal, äh, eine Folge, ich glaube, das war eine der ersten Folgen, glaube ich, die wir gemacht haben. Ja, ich musste euch irgendwie, ich musste was liefern, glaube ich, dass irgendwas einbauen in meinen Leben. Ja, deswegen kommt jetzt auch die Frage, pass auf, pass auf. Also, Thema Ziele, wir haben ja drüber gesprochen, deswegen lassen wir jetzt mal so ein bisschen das, äh, Jahr Revue passieren, beziehungsweise so das letzte halbe Jahr und ich weiß, dass Benji nämlich damals auch da drinnen war. Ja. Und da würde mich gerne mal interessieren, ich fange jetzt auch an, ähm, wie ihr einerseits natürlich, ob ihr eure Ziele erreicht habt, ob ihr schon Ziele für 2024 habt, äh, ob ihr euch das überhaupt macht, keine Ahnung. Also, ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden damit, mit meinen Zielen, also ich hab die alle auf dem Handy aufgeschrieben, ich hab mir die auch, äh, hier vor dem PC, also vor dem, äh, äh... Manu ist immer so ein Streber, ey. Ich? Nee, ich, ich fang, ich mach das auch erst seit 2022, aber ich find's, äh, extrem positiv. Vor allem, wenn du halt... Nein, du musst dich dafür nicht entschuldigen, ich bin ja nur neidisch. Ich bin ja nur neidisch. Es ist halt zau cool, also ich mein, vor allem, wenn du, wenn du halt, äh, was abhacken kannst, ne, gibt dir halt auch so ein Gefühl, krass, äh, du hast wieder so einen Step geschafft und da stand halt eben auch Podcast, äh, ja gut, YouTube-Abos, Bärenmarkt, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich's mir gewünscht hab, das ist das eine, äh, ja, Selbstständigkeit, Podcast, wie gesagt, äh, mehr lesen, ich hab sauf viel gelesen, bin ich richtig stolz auf mich dieses Jahr, ich glaub, ich hab insgesamt 10 oder 11 Bücher gelesen, ich glaub, das reicht nicht mehr, ich hab noch nie in meinem Leben so viel gelesen, auf jeden Fall, aber das sind so kleine Sachen, ähm, ja, wie gesagt... Dafür muss man aber auch die Zeit haben. Ja, absolut. Ich wüsste, ich wüsste gar nicht, wann ich mich hinsetzen kann, um was zu lesen. Ja, jetzt kannst du's machen. Wobei, hä? Jetzt kannst du's machen. Ja, jetzt kann ich's machen, ich meine, äh, es ist auch ein bisschen geflunkert, natürlich, ich lese natürlich viel am Handy, also an News und so, aber, ähm, ich, ich kann's halt nicht, ich kann nicht, äh, also ich lese dann halt Kryptonews oder die Gruppen oder so, da lese ich halt schon noch, ich versuche so viel wie möglich, dass ich ein bisschen auf dem Stand bleibe, also das ist ja auch alles lesen, aber am Ende des Tages ist es auch einfach so, irgendwo ist die Kapazität erreicht, da bin ich auch gar nicht mehr aufnahmefähig für irgendwie was... Also ich muss auch sagen, ich hab mir, äh, ich lese jeden Tag ein bisschen, also das hab ich mir angewohnt, dass ich das jetzt entweder vorm Schlafen gehe oder früh morgens mache, ist ja völlig wurscht, die 10 Minuten, 20 Minuten nehm ich mir am Tag auf jeden Fall mittlerweile, gut. Wie gesagt, es geht einfacher, äh, wenn du natürlich in der Selbstständigkeit bist und sowas, ne, da kannst, da hast du halt auch viel mehr, äh, freie Zeiteinteilung und sowas und, ähm, ansonsten... Ja, wir reden nochmal, wenn ihr auch Kinder habt. Ja, dauert noch. Safe dauert das noch. Bist doch bescheid, ne? Ähm, ja, ansonsten, ähm, alle Ziele eigentlich so erreicht und meine Ziele für 2024 auch schon, alle aufgeschrieben, muss ich aber mir ehrlich gesagt noch ausdrucken, aber auch sehr, sehr hoch gesetzt, muss ich auch fairerweise sagen. Also, nachdem ich dieses Jahr, ich sag jetzt mal 75 bis 80 Prozent erreicht, habe ich mir nächstes Jahr ein bisschen mehr Ziele gesetzt, einige Ziele, also... Also Challenge increased. Ja, komplett. Hat aber auch ein bisschen... Dann los, dann hau mal raus. Wie bitte? Dann hau mal raus. Jetzt bin ich gespannt. Sagen wir so, ich will, ähm, auf jeden Fall noch ein Gewerbe aufmachen, nachdem ich jetzt schon drei hab, will ich noch ein viertes jetzt aufmachen. Äh, natürlich monetäre Ziele habe ich ein bisschen höher gesetzt, jetzt Selbstständigkeit, dann, ähm, bist du ja auch ein bisschen so selber für dich verantwortlich. Deswegen das ein bisschen höher gesetzt. Noch mehr lesen, steht da drin, ist jetzt ein einfacheres Ziel, also 10, 11 Bücher müssen dann auf jeden Fall nochmal getoppt werden. Äh, Podcast habe ich mir auch ein Ziel gesetzt, also von der höheren Anzahl, da sind wir jetzt ja auch schon, äh, ich sag jetzt mal im mittleren bis höheren dreistelligen Bereich, da möchte ich auf jeden Fall den vierstelligen Bereich haben nächstes Jahr, also anstrengend, Leute. Natürlich YouTube, YouTube, Apple oder Spotify oder alle zusammen. Alle zusammen. Okay. Also bin ich zufrieden dafür, dass wir jetzt nicht mega überall Werbung dafür machen und nur einmal die Woche eine Folge machen, bin ich damit absolut zufrieden. Also. Ey. Ey. Und wenn es 50 Leute wären, fände ich es schon cool, ganz ehrlich. Hauptsache es hören Leute, ne? Ja. Deswegen steht es auf jeden Fall auf meiner Liste. und ansonsten, ähm, ja, so kleinere Sachen wie mehr Reisen, ähm, mehr Zeit für mich und sowas nehmen und halt noch zwei, drei andere Punkte, die ich jetzt ein bisschen privater halten möchte. Ja, naja, ist ja auch okay. Ähm. Aber ja, das sind so meine Ziele für 2024. Und jetzt, Benji, nachdem wir dich da damals so ein bisschen dahin getriezt haben, wie sieht's bei dir aus? Hast du Ziele für 2023 dir noch gemacht oder Routinen und würdest du das 2024 auch wieder machen? Also Routine, mit Routine war erst mal nix in 2023, weil, ähm, also die Routine, die hatte ich in dem einen Monat, wo ich in Nordwijk war, da gab's eine ganz klare Routine. Klar, da bist du halt im Hotel, stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, arbeitest da deine acht bis zwölf Stunden und teilweise dann auch samstags, ne, weil das kostet ein Schweinegeld, so einen Satelliten da in so einer ESA-Einrichtung testen zu dürfen. Dafür bezahlen wir Geld von, also, unser Unternehmen zahlt dafür Geld an die ESA, quasi an Miete, dass wir da diese ganzen, diese ganze Facility und das ganze Zubehör dann nutzen können. Dann musst du halt ranklotzen, da entsteht automatisch so eine Routine und eine Regelmäßigkeit, ne, was du so machst, weil du da eingespannt bist. Aber da hast du halt deine acht Stunden Schlaf, da kommst du abends nach Hause, bist schön im Hotel, musst nicht mehr kochen, musst nicht aufräumen, musst nicht abwaschen, nix, kriegst von vorne bis hinten den Arsch gepudert und musst eigentlich nur arbeiten. Das war richtig entspannend. Danach kam ich nach Hause und war in Elternzeit. Das war komplett das Gegenteil davon. Da war nichts mit Routine und nichts mit Regelmäßigkeit. Du bist, du bist halt, wenn das Baby krank ist, ist das Baby krank. Dann musst du deine Routine daran anpassen. Wenn das Baby wach wird nachts, dann wird das Baby wach, wenn es nicht mehr einschlafen will um drei und von drei bis fünf erstmal irgendwie Babylympics veranstaltet, wie ich das dann immer gerne nenne, weil die ist teilweise dann echt so krass aktiv und rumort da rum im Bett. Und, ähm, ja, da musst du dich halt dann nachts um die Kleine kümmern. Dann penst du tagsüber, stehst dann teilweise erstmal um 10, 11 Uhr auf. Ähm, nicht immer. Also wie gesagt, das ist ja nicht, das ist ja keine Routine. Das passiert dann manchmal so, manchmal so, je nachdem, wie das, wie das funktioniert hat mit dem Schlafen in der Nacht. Und, ja, was kann ich, was habe ich an Routinen entwickelt, also. Du musst auch nichts sagen. Nee, ich weiß, ich hatte, ich hatte mir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht und ich weiß, es gab tatsächlich einen Punkt, den ich anders gestaltet habe, den ich regelmäßiger jetzt mache, den ich vorher nicht gemacht habe, aber mir fällt der gerade nicht ein. Ich, vielleicht kommt der, ähm, ich hätte ihn mir vielleicht tatsächlich aufschreiben sollen, aber jetzt, jetzt so auf Abruf fällt es mir gerade nicht ein. Und Ziele? 2024, irgendwas? Ziele? Puh, ja, da sind ein paar private Ziele, die ich jetzt auch nicht so gerne sagen möchte. Musst du ja nicht. Ähm, weil, ja, weil die sind, die gehen sehr ins Private rein, also, sagen wir es mal so, es gibt ein paar Spannungen mit meiner Frau im Moment. Und, ähm, da sind so ein paar Ziele, die ich mir gesetzt habe, was man da verbessern könnte. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das größte Ziel ist natürlich, ähm, alles für die Kleine, damit es ihr gut geht. Ähm, wir haben nächstes Jahr jetzt, ähm, 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 kommt sie ja in die Krippe, dann haben wir einen Eingewöhnungsmonat im Januar und dann wird es auch extrem spannend, weil dann gehen meine Frau und ich beide arbeiten und die Kleine ist dann in der Krippe, also eine komplett neue Lebensphase wieder, also, also es ist die ganze Zeit spannend, ähm, aber so ein richtiges Ziel, also, ja, beruflich könnte ich vielleicht sagen, habe ich mir als Ziel gesetzt, dass ich, ähm, versuchen möchte, mich noch mehr vor Ort zu engagieren, also weniger im Homeoffice zu sein, viel häufiger, äh, vor Ort am Satelliten in der Firma zu sein. Ich war letztes Jahr sehr viel im Homeoffice, habe mich da ein bisschen ausgeruht, sage ich ganz ehrlich, habe so ein bisschen, äh, im Homeoffice so, habe so ein bisschen auf Sparflamme gearbeitet, wo ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, nachher hört das irgendjemand, dann heißt es, äh, äh, wir haben es immer gewusst, du schaukelst nur deine Eier im Homeoffice, nein, natürlich nicht, ich habe natürlich gearbeitet, aber ich habe halt immer, so, ich sage mal so, mein Arbeitspensum abgehakt und dann so das Nötigste, dass alle so zufrieden waren, aber ich könnte natürlich, wenn ich halt noch eine Schippe drauflege, also, mein Ziel, mein Langzeitziel ist es ja, AIT-Manager zu werden, so, das war, sagt jetzt natürlich keinem, was das ist, ähm, das ist im Prinzip ein Typ, der, äh, das ist der Hauptakteur, äh, am Satelliten, der sein Team anleiten muss, wie der Satellit zusammengebaut werden soll, in welchen Phasen, du, du durchläufst verschiedene Phasen, welche, welche, welche Phase kommt, wonach und der, das ist im Prinzip der Master of Disaster, also wirklich, der, der muss, der muss alles im Kopf haben, der muss alles wissen über den Satelliten, der muss eigentlich genau wissen, wann wird welches Teil dran geschraubt, welchen Test führen wir jetzt aus, äh, der muss die ganzen logistischen Sachen klären, wann, der muss, der muss mit den ganzen, ähm, Suppliern in Kontakt sein, der ist mit den ganzen Systemingenieuren in Kontakt, der ist in engen Kontakt mit dem Projektmanager, der ist, der muss seine Leute kennen, also die, alle, die da drunter sind und arbeiten und den, den Satelliten zusammenbauen mit den Mechanicals, der muss mit den Electricals zusammenarbeiten und so weiter, also das ist wirklich eine richtig krasse Aufgabe, das ist kein Ziel für 2024, weil das ein überaus ambitioniertes Ziel ist, das kannst du nicht in ein oder zwei Jahren lernen, das ist ein Langzeitziel, was ich habe und mein Zwischenziel ist es halt, mich, mich weiter in die Richtung zu entwickeln, indem ich mehr Präsenz in der Firma zeige als letztes Jahr, also deutlich mehr Präsenz, was auch mir nicht, wahrscheinlich mir nicht schwerfallen wird, weil wir eine super tolle, äh, Kantine bekommen haben jetzt, wo wir sogar gratis, äh, Mittagessen können, also wird es einfacher, also das ist schon eine, das alleine ist eine Motivation, da hinzufahren und, ähm, mehr, ja, mehr mit den Kollegen, Networking auf der Arbeit betreiben, Leute, ähm, mit Leuten da quatschen und, äh, wie nennt man das, Insights zu gewinnen, wie die verschiedenen Prozessabläufe im Detail funktionieren und so weiter und so fort, also sich weiter in die Richtung AIT Manager entwickeln, das ist mein Ziel für, mein berufliches Ziel für 2023. Top. René? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Kein Anschluss unter dieser Nummer, dü, 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 dü. Nein, Quatsch, ähm. Das hätte ich, also sowas erwartet, also bei sowas erwarte ich jetzt auch was von dir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine Ziele hast, du hast genug Ziele. Ich, ich hab viel zu viele. Das viel größere Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wie ich das in kleine Sachen runterbrechen soll, das ist das viel größere Problem dahinter. Aber dann, guck, dann ist das ja perfekt. Darf ich mal bitte ausreden? Danke. Nein, das machst du permanent und das geht mir permanent auf die Eier. Jetzt musste ich's mal ansprechen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du hast da echt ein Faible für. So, ähm. Ja, meine Ziele sind im Grunde, nächstes Jahr stehen so ein paar wichtige Entscheidungen für mich auch an. Ich hab ja dieses Jahr auch auf der einen Seite so ein bisschen reingeschissen in der Programmierschule und hab die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Muss ich ja auch so ein bisschen eingestehen, das ist ein Fehlschlag dieses Jahr für mich gewesen. Jetzt überlege ich das Ganze nächstes Jahr nochmal zu machen. Diese Entscheidung steht so ein bisschen an, zu fällen, mach ich oder mach ich es nicht. Ziel ist es, weiter mein Unternehmen so ein bisschen zu konkretisieren, dass wir die Website linken, dass wir die Analysen linken, dass ich da dann auch einen gewissen Umsatz pro Monat generiere. Da hab ich ein Umsatzziel, welches ich generieren möchte. Dann hab ich ein Ziel, wie weit ich kommen möchte mit den Websiten Tools, die da drauf kommen. Möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten, was da so ein bisschen kommt. Sondern das werdet ihr dann sehen, wird ein schöner Überraschungseffekt. Das möchte ich gerne, dass das Ganze steht. Dann möchte ich, dass mein YouTube-Kanal konsequent weiter wächst. Ich hab mir vorgenommen, dass Instagram quasi auch regelmäßiger läuft und dass das Stream regelmäßiger läuft. Dann überlege ich jetzt noch, diese Entscheidung muss ich auch noch treffen, ob ich ab nächstes Jahr nicht auch wieder Badminton spielen gehe. Ich hab ja schon angefangen, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Macht mir eine ganze Menge Spaß, auch wieder zum Sport zu gehen, ob ich nicht noch Badminton wieder mit dazunehme. Ich hab eine Zeit lang sehr, sehr viel leistungsmäßig Badminton gespielt. Quasi, weil ich keinen Bock im Gym auf Radio hab. So, dann brauch ich irgendeine Alternative. So, gib mir auf den Sack, auf den Crosstrainer zu laufen oder laufmann. Das ist ja todelangweilig, die Scheiße. Muss man sich ja mal eingestehen. Das sind so ein bisschen meine Ziele. Und ansonsten, ich hab es in einem Podcast schon mal angesprochen, sehr, sehr hochgestecktes Ziel, aber meinen eigenen Hedgefonds langfristig aufzubauen. Das Ziel möchte ich gerne ein bisschen weiter ausarbeiten, dass ich da Step by Step über Algorithmen programmieren ein Stückchen näher komme. Ich möchte natürlich auch meine Programmierfähigkeiten verbessern. Steht im Grunde einiges auf der Liste. Es sind, sag ich mal, nicht viele konkrete Ziele, die nächstes Jahr direkt erreicht werden müssen. Natürlich, klar, möchte ich einen gewissen Umsatz generieren mit meinem Unternehmen. Klar, meine Programmierfähigkeiten verbessern, etc. pp. Aber man kann jetzt nicht so genau sagen, okay, das und das möchte ich bis dahin geschafft haben. So, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte bis dahin die ersten drei KI-Algorithmen fertig haben, so what, habe ich nicht so direkten Einfluss drauf, weil ich das überhaupt noch nicht einschätzen kann, wie viel Aufwand und Arbeit das alles dahinter ist. Man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Research dahinter steckt, um einfach mal so einen AI-Algorithmus zu programmieren. Ich habe jetzt vor knapp anderthalb, zwei Monaten ein schönes Modell gefunden auf Tradingview, welches ich so ein bisschen auf meine Bedürfnisse halt anpasse und fange jetzt an, halt Skripte daraufhin umzuprogrammieren, sodass ich AI-Data-Module und Outputs habe und die dann da einfließen lassen kann. Und das kostet unwahrscheinlich viel Zeit. Und ein weiteres Ziel ist es, man an manchen Tagen auch mal ein bisschen mehr durchzuhasseln. Noch mehr? Du hasselst doch eh schon 24-7 gefühlt, oder? Ja, da geht noch was. Da ist immer noch ein bisschen Lust. Krass. Da muss ich sagen, Respekt, was du dir alles vorgenommen hast. Ich glaube, das sind meine Ziele, ein Witz dagegen, so in der Art. Aber was auch wichtig ist, sich auch mal eine Pause zu können. Das sage ich jetzt einfach mal so aus meinem Wissensstand von diesem Jahr einfach. Ja, habt ihr gehört? Du lädst es ja noch mal ein. Ja. Schauen wir mal. Was siehst du? Wenn ich meine Ziele erreiche, dann können wir das gerne mal machen. Machen wir mal am Wochenende drauf, weil für eine Woche bin ich zu alt für den Scheiß. Ja, aber können wir gerne machen auf jeden Fall. Ja, nee, was ich vorhin... Also, wolltest du noch was sagen, Manu? Nee, nee. Entschuldigung. Kannst ruhig. Ich wollte niemanden unterbrechen. Nö. Nee, was ich vorhin am Anfang sagen wollte, René, wo du angefangen hast. Das war halt dieses, was ich auch so toll an diesem Podcast finde, weil dieser Podcast auch mir selbst immer diesen Anstoß gibt, selber noch mal nachzudenken. Zum Beispiel jetzt das mit den Zielen. Weil du am Anfang sagtest, du weißt gar nicht, wie du diese Ziele runterbrechen kannst. Und plötzlich bist du in diesem Podcast und sollst was dazu sagen und fängst das erste Mal vielleicht so richtig an, dir darüber Gedanken zu machen. Und das ist eigentlich das Coole. Deswegen tatsächlich ist dieser Podcast, den ich vergessen habe vorhin zu erwähnen, auf jeden Fall eine richtig coole Sache aus diesem Jahr 2023, was ich auch für mich mitnehme. Und das komplett unabhängig davon, wie viele da draußen jetzt uns zuhören oder so, sondern einfach nur für einen selbst, weil man über gewisse Dinge einfach noch mal ein bisschen nachdenkt, über die man vielleicht vorher nicht so oder nicht in dieser Art nachgedacht hat. Und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, René, wenn ich dich oft unterbreche, dann will ich mich dafür natürlich entschuldigen. Das ist nicht gut, wenn man das andauernd macht. Aber das heißt einfach nur, dass immer wenn du was sagst, du mich damit inspirierst und mir irgendwelche Gedanken plötzlich bei mir auftauchen im Kopf, die ich vorher nicht hatte und die dann raus wollen. Und dadurch kommt das. Also das ist noch nicht mal böse gemeint. Also entschuldige dafür, wenn ich dich oft unterbreche, aber das kannst du eher als Kompliment annehmen. Möchtest du meine Seite dazu hören? Möchtest du meine Seite dazu hören, wie ich das auffasse? Ich fasse das als unhöflich und respektlos aus, dass ich nicht den Respekt bekomme, aussprechen gelassen zu werden. Und dann habe ich meistens schon keine Lust mehr zu erzählen. Okay, das habe ich ja verstanden. Deswegen habe ich auch danach nichts mehr gesagt. Und ich habe dir nur aus meiner Sicht erklärt, dass es so gar nicht gemeint ist von meiner Seite. Also es hat von mir aus, von meiner Seite tatsächlich eher was, naja, was ich gerade schon gesagt habe. Du sagst was und durch das, was du sagst, kommt mir ein Gedanke und dann denke ich mir so, oh, ja, cool. Und das ist mehr so was Inspirierendes. Also es ist, du solltest es nicht negativ auffassen. Aber trotzdem ist es natürlich nicht okay, dass ich dich unterbreche. Also ich mache das auch nicht mit Absicht oder um dich zu ärgern oder um dich zu dissen oder sowas. Auf keinen Fall. Deswegen ist es wichtig, über Probleme zu reden. Deswegen ist es richtig, richtig und wichtig, über Probleme zu reden. Okay, wir haben jetzt das größte Problem überhaupt. Das ist jetzt wirklich, wirklich eigentlich eine wichtige Entscheidung, ob ihr zur Generation so ein bisschen mehr gute oder mehr schlechte Menschen seid. Seid ihr Ketchup- oder Mayo-Fraktion? Joppi-Soße. Äh, Mayo. Okay. Keins von beiden. Ich bin Joppi. Was? Cocktail-Soße oder Joppi. Okay, da haben wir schon den Darth Vader gefunden. Ich kenne nur Joppi-Soße. Weil ich auf TikTok ab und zu mal diese komischen Burger-Videos immer sehe, oh, hier kommt die frische Joppi-Soße. Die heißt eigentlich Joppi. Und die kommt aus den Niederlanden und ich habe tatsächlich nicht gewusst, also ich habe die tatsächlich da zum ersten Mal im Regal gesehen. Ich dachte, das ist Mayo. Ich dachte, das ist Mayo. Nein. Okay. Ich kann dir die nur empfehlen, aber das ist diese ... Ekelhaft. Richtig lecker. Nee, ernährt euch gesund. Gut. Die sollte man sich natürlich nicht täglich reinpfeifen, ne? Ja, natürlich nicht. So, wir haben jetzt 42 Minuten gemacht. Es sollte reichen für die letzte Folge auf jeden Fall des Jahres. Wie gesagt, ich muss es gerade selber nochmal gucken vom Datum her. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und zwar bis zum 12. Januar. Also am 12. Januar wird dann, äh, ja, in Anführungszeichen die zweite Staffel dann losgehen mit den ersten, ähm, wieder auf jeden Fall wichtigen Themen, die wir jetzt auf jeden Fall dann im Anschluss noch aufnehmen werden. Und ansonsten genießt jetzt die nächsten drei, ja, doch knapp drei Wochen, äh, kommt ein bisschen zur Ruhe. Weihnachten steht an, Silvester steht an. Ja, wünsch, äh, ich fange jetzt mal an. Danach könnt ihr gerne auch nochmal was sagen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall an alle Zuhörer da draußen für, oder auch an alle, die auf YouTube etc. pp. äh, draußen täglich die Videos gucken, die unseren Podcast anhören. Vielen, vielen Dank, äh, für dieses geile Jahr 2023, für eure Unterstützung da draußen. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch auf jeden Fall. Genießt die Zeit, kommt ein bisschen zur Ruhe. Also legt auch mal gerne das Handy beiseite, wenn ihr vor allem mal bei der Familie unterwegs seid, die Feiertage. Und damit, ja, verabschiede ich mich schon mal und gebe das Wort an Benji. Und dann hat René am Ende nochmal das Wort. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich, ähm, wünsche euch auf jeden Fall ein paar besinnliche Feiertage. Äh, ich hoffe, ihr verbringt eure, äh, euer Weihnachten im trauten Umkreis eurer Liebsten. Und, ähm, hab da ein paar, äh, gerusame Tage, um aufzutanken, für die sicherlich meisten, die meisten haben ja wahrscheinlich dann im nächsten Jahr direkt wieder Stress mit ihrer Arbeit oder was auch immer. Und gönnt euch die kurze Auszeit, ähm, ich denke, jeder hat das verdient. Und, ja, dann kann ich nur sagen, frohe Weihnachten und dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und übertreibt's nicht. Von meiner Seite jetzt an der Stelle, wenn ihr die Weihnachtstage gerne auch so ein bisschen stressig findet, auch mit der Familie und so, wenn euch das genau so ein bisschen auf den Sack geht wie mir. Versucht dem Ganzen ein bisschen gelassener entgegenzugehen. Trinkt euch zwei, drei Bierchen meinetwegen mehr, dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen lustiger. Nein, Quatsch. Ansonsten immer so ein bisschen auf die Linie achten. Stopft euch nicht zu viel mit Süßigkeiten voll, nicht zu viel mit Alkohol oder sonstiges dergleichen. Achtet ein bisschen dabei auf eure Gesundheit. Habt eure Liebsten lieb, verteilt ein bisschen Freude, Liebe. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Jahr in alter Frische wieder. Boing, flip!